Musik Parallel zum 56. Bruchsaler Faschnachtsumzug fand in Kronau der immerhin 41. Faschingsumzug statt. Unter dem Motto, kommt herbei, singt und lacht, feiert mit Kronau Fasernacht. Nur die Kronauer Karnevalsgesellschaft, Hexen, Paradiesvögel, Astronauten, Weihnachtsmänner und so ziemlich alles dazwischen ein, erst mal wieder richtig krachen zu lassen. Dieses Jahr auf einer neuen Umzugsstrecke und mit Ausnahme der Karnevalsgesellschaften auch ohne Wegen. Nichtsdestotrotz kamen über 60 Fußgruppen zustande und die Kinder sammelten begeistert ihre Bonbons. Die zahlreichen Zuschauer standen im bunten Konfettiregen oder am Seifenblasenschauer. Guggenmusiker sorgten für eine mitreisende Stimmung. Musik Stopp! Bin ich ein lauter Hover? Könnt ihr mitmachen? Jetzt machen wir das Ganze noch einmalig. Ziege, zacke, ziege, zacke! Hei, hei, hei! Ziege, zacke, ziege, zacke! Hei, hei, hei! Hundhüte, 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 Schuss, Schuss, Spanien, Entlass, Italien! Und auf die Schnelle, eine Welle, fünf, vier, drei, zwei, eins! Hohoho! Jawohl! Nie!